Casa O. Tassos. Komfort gepaart mit Design auf der grünen Smaragdinsel Tassos. Eingebettet in einen weitläufigen Olivenhain, umringt von Natur mit atemberaubendem Bergpanorama, ist es der ideale Ort, um zu entspannen und eine gute Zeit zu haben. Tiefgrüne Pinienwälder, weitläufige Olivenhaine, imposante Berge und zahllose kleine und große Sandstrände, diese Vielfalt ist das Besondere an Tassos und unserer direkten Umgebung. Ihre moderne Unterkunft verfügt über einen großen Außenbereich mit privatem Swimmingpool, mit herrlichem Blick auf die Berge. Die Villa ist hochwertig ausgestattet, sodass es ihnen an nichts fehlt. Besonders schätzen unsere Gäste die komfortablen Betten. Das moderne Badezimmer, sowie die voll ausgestattete Küche mit offenem Wohnbereich. Die direkte Umgebung lädt zu Spaziergängen ein, beispielsweise zum beliebten Golden Beach. Der Sandstrand ist kilometerlang und flach abfallend, die Farben des Meeres einzigartig. Es gibt viel zu erkunden auf Tassos. Erleben Sie die Insel wahrhaftig, dank unserer Geheimtipps. Und genießen Sie die wahre griechische Gastfreundschaft in den traditionellen Bergdörfern oder in einer der vielen Tavernen bei unglaublich gutem Essen und angenehmer Atmosphäre. Die Anreise erfolgt unkompliziert über den Flughafen Kavala oder auch Thessaloniki. Gern sind wir Ihnen dabei. Behilflich. Mein Name ist Orestes. Ich lebe ebenfalls hier im Olivenhain und stehe euch jederzeit bei Fragen zur Verfügung. Gerade wenn es auch um gute Restaurantempfehlungen geht oder Insider-Tipps, die eine oder andere versteckte Bucht. Es ist mir immer eine Freude, euch die Insel näher zu bringen. Ich wünsche euch eine gute Zeit bei uns. Ich wünsche euch eine gute Zeit bei uns.